Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video in Siedler 2. Wir bauen weiter in unserer Stadt, in unserem Imperium, wie man es genau nennen möchte. Hier wird noch fleißig gebaut. Man kann mich hier auch anfangen, was aber eigentlich relativ dämlich ist, weil wir wahrscheinlich hier gerade genau sind. Können wir denn schon eine neue Petition, ach, neue Petition, eine neue Dingsbum starten, eine neue Expedition, meine ich natürlich, ist ja ganz klar. Ich habe mich jetzt erstmal dafür entschieden, dass es diese Woche sieben Folgen gibt, also jeden Tag eine, weil ich halt einfach gerade mega Lust darauf hatte. Das zu machen und dann habe ich gedacht, komm, wir produzierst noch ein paar, ist ja gar kein Problem für uns. Und so geht es jetzt ab. Haben wir nun eigentlich eine Brauerei irgendwo? Haben wir denn überhaupt Wasser über? Es gibt keinen Platz in dem Kaff hier. Doch, vielleicht schon. Ich sollte vielleicht etwas darauf achten, was man macht. Brunnen. So, Brunnen, Brunnen wird gebaut. Schiff wartet auf Anweisungen. Gebäude errichtet, Festung. Gebäude errichtet, Hafen. Ja, wir kommen jetzt gleich von da eh nochmal her. Von da her ist das eine vollkommene Banane. Hier macht es Sinn, indem wir jetzt hier einfach warten, wo der Typ denn bleibt. Und wir werden uns dann entscheiden, was wir damit da kommt da angerannt. Was wir dann damit machen, denn wenn wir da jetzt irgendwie... Wenn wir da nämlich jetzt gleich irgendwie doch näher drankommen und so, dann brauchen wir nämlich gar nichts bauen. Dann hat sich das nämlich eigentlich schon wieder fast erledigt. Festung sieht es aus, ein Soldat. Gucken wir mal, weil ich glaube nicht. Naja, wir sind noch nicht zusammengekommen. Das ist auch grundsätzlich kein Problem. Wachturm. So, es ist auch... Check. kanal Arabernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernerner Schauen wir mal, was hat er so fabriziert? Was macht das Schiff jetzt? Bringt die Ware? Scheinbar schon. Da müsste das Schiff jetzt eigentlich Holz bringen. Da müsste das Schiff jetzt eigentlich alles in Ware hier hin liefern. Für den Bau des Wachturbs. Meine Kacke, was ist los heute am Sonntag? Ich wollte eigentlich jetzt weiterspielen und habe gedacht, komm, dann kannst du auch noch drei Folgen für die Woche aufnehmen. Wenn du dann eh schon dabei bist und spielst, dann ist das gar kein Problem. Dann kann ich das ganz entspannt machen. Den Hafen gebaut. Entschuldigung. Das geht ja schneller, dann sind wir jetzt hier gleich zusammen, dann können wir gleich zusammenziehen, dann können die nämlich zu Not auch über den Landweg... Ich hätte eigentlich ganz gerne so eine Insel, die so Holz produziert. Da wäre ich eigentlich richtig Banane drauf. Fände ich mega, mega geil. Brauerei. Gib ihm. Nein. Münzpräger arbeitet auch gut. Was macht der denn mit den Münzen? Wo gehen die denn aktuell hin? Zack, schon die Münze verloren. Nice. Musik Musik Der hat mich schon überflüssig geworden. Wir können mich jetzt hier entsetzen. Zack. Bringt er dann hier oben jetzt gleich Personal hin? Mhm. Da muss er ja schon fast. Gold gefunden. Gold ist gut. Mit der jetzt oben wahrscheinlich das Militärgelände hin. Ding. Oh. Was heißt hier und... Gehen wir dann in zwei unterschiedliche Richten? Ich glaube schon, oder? Macht ja dann Sinn. Weil du kannst direkt sofort noch mehr Ware mitbringen. Fertig. Zack, das ist in dem Boden. Da habe ich komplett verschlafen. Das ging, ey. Meine Kacke. Sieht hier aus voll intakt. Fischerhütte voll intakt. Fischerhütte voll intakt. Fischerhütte voll intakt. So. Tuh, 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 Tuh. Fischerhütte voll intakt. Tuh, Tuh, Tuh. Tuh, 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 Tuh. Produzieren die mir hier schon mal so ein bisschen eigen Ach ätzend Das wollte ich gar nicht Dann sind dann sage ich mal nicht unbedingt darauf angewiesen Dass die alles per Schiff bekommen Sondern Können sie sich auch so ein bisschen selbst damit Über Wasser halten Gebäude errichtet Die Wachstube Hallo speichern Genau Das sieht einfach geil Wenn man es wieder spielt So wo ist denn meine Mein Heini hier Wird denn schon Bier gebraut Ups Brau Aus Yo Bier wird schon produziert Ist ja voll Schauen wir was er damit macht Ein bisschen langsamer Dass man noch hinterher kommt Das Bier zum Hafen gebracht Eingelagert Da hätte ich mal so unsere Militärausbildung gucken Oh ja das ist schon ein bisschen weit hingekommen Das wollte ich zum Beispiel gar nicht Aber im Granit gucke Gucken Gucken was wir da haben Vielleicht findet er noch was Da wird Festung gebaut Wachtturm gebaut Brau Bauhaus Hier geht es ja gerade ab Die Jute Folge Ich will noch mal ganz kurz Ein bisschen Kahlslach Kohle gefunden Granit gefunden Fischer hätte er recht Hat Granit gefunden Das wurde doch mal da Was interessant wird Genau Dann drückt da hin und weiter im Text Ba ba da 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 Ba ba 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 da da Ba 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 da da Ba 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 da Ba 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 da Ja, wir suchen weiter Granite in der nächsten Folge. Ich bedanke mich trotzdem wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Mann, die Zeit, die rennt. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Danke. Tschüss.